Herzlich willkommen zum heutigen Microsoft-Tipp. In der heutigen Session geht es darum, dass wir die Remote-Verwaltung durchführen mit der PowerShell in einer Domäne. Warum habe ich Domäne so betont? Weil das erleichtert einiges. Und ich möchte Ihnen gleich zeigen, um was es geht. Ich befinde mich hier auf einem System mit dem Namen Client01. Client01 ist Mitglied einer Domäne. Und bei diesem Client01 bin ich angemeldet als Domänen-Administrator. Okay, das ist jetzt sicherlich etwas speziell, aber das macht die Remote-Verwaltung mit der PowerShell sehr einfach. Weil in dieser Situation haben wir alles, was wir brauchen. Zum Beispiel die Namensauflösung funktioniert. Wenn ich hier mit dem Namen DC01 arbeite, dann funktioniert die Namensauflösung, weil dieser Name kann beim DNS-Server bzw. beim Domänen-Controller, der gleichzeitig auch DNS-Server ist, dieser Name kann aufgelöst werden. Weil ich am Client01-System mit dem Domänen-Administrator angemeldet bin, habe ich auch die notwendigen Rechte, um die Remote-Verwaltung durchzuführen. Wir werden in einer späteren Session das Thema wieder aufnehmen, aber dann die Remote-Verwaltung bei Systemen, die nicht Mitglied der Domäne sind, was es dann alles zu beachten gilt. Beispielsweise müssten wir dann die Credentials anlegen, beziehungsweise ein PS-Credential-Object müssen wir erzeugen. Das könnte dann wie folgt aussehen, $Creds und dann GetCredential. Wenn ich den Cursor auf die Zeile 5 setze und diese Zeile 5 aufrufe, sehen Sie, dann erscheint ein Pop-up. Jetzt kann ich eingeben, zum Beispiel Zodiac, das ist der Name der Domäne, backslash-Administrator. Anschliessend gebe ich das Kennwort vom Administrator an und ich wähle OK aus. Jetzt haben wir eine Variable erstellt, $Creds. Darin enthalten der Benutzer, Zodiac, backslash-Administrator und das Kennwort. Das Kennwort nicht im Klartext, sondern als System.Security.SecureString. Oder Sie können die Variable wie folgt anlegen, GetCredentials, MinusCredential, dann geben Sie den Benutzer schon mit. Das Passwort müssen Sie dann aber trotzdem noch eintippen. Das würde dann so aussehen. Nein, so nicht. Da braucht es noch einen Abstand. Jetzt ist der Aufbau korrekt. Wir führen das Ganze aus und Sie sehen, der Benutzername ist jetzt ausgefüllt. Das heisst, wir müssen jetzt hier nur noch das Kennwort angeben. Und die Variable ist erstellt. So können wir uns durcharbeiten. Ich habe noch weitere Beispiele aufgelistet, zum Beispiel Create a PS Credential mit Benutzername und Secure Passwort, indem wir das Ganze konvertieren mit dem Commandlet Convert to Secure String. Aber das brauchen wir alles nicht. Zuerst einmal da den Bildschirm wieder etwas aufräumen. Das brauchen wir alles nicht, weil ich habe es bereits erwähnt. Ich bin angemeldet bei Client01 als Domänen-Administrator. Darum kann ich direkt mit den Anmelde-Informationen arbeiten, die das System zur Verfügung stellt. Testen wir es. Invoke Command Abstand-ComputerName DC01. Wir verwenden den Parameter Minus Script Block. Und dieses Commandlet Get Computer Info wird auf dem DC01 aufgerufen. Mit Invoke Command starten wir keine interaktive Session, sondern wir rufen einmalig das Commandlet Get Computer Info auf und wir erhalten dann ein Resultat. Der Cursor blinkt auf der Zeile 20, führe diese aus. Und jetzt sehen Sie Get Computer Info. Wird nun ausgeführt auf dem DC01 und die Ausgabe erscheint hier auf dem Client01. Ich navigiere nach oben und wir sehen da sehr viele detaillierte Informationen. Get Computer Info, ein tolles Commandlet. Ich navigiere da ganz weit nach oben und hier beginnt die Ausgabe. Wir sehen die Informationen von PS Computer Name DC01. Es geht weiter zu BIOS oder BIOS Version, dann BIOS Build Number, etc. BIOS Firmware Type, UEFI. Also wunderbar diese Informationen. Wir haben gesehen, dieses Commandlet wurde aufgerufen auf dem System DC01. Sie könnten anstelle vom Script Block, könnten Sie mit Minus File Path arbeiten. Wenn Sie jetzt ein Script vorbereitet hätten, das Sie ausführen wollen auf dem Remote System, dann verwenden Sie Minus File Path. Ein Script habe ich jetzt nicht. Wir können eine dauerhafte Session aufbauen, indem wir New PS Session verwenden, Abstand Minus Computer Name DC01 und diese Session, die speichern wir in der Variablen $PS. Genau das werde ich jetzt machen. Der Cursor blinkt auf der Zeile 26, führe diese aus und jetzt verwende ich auch wieder Invoke Command, Abstand Minus Session, dann gebe ich die Variable an $PS und wir rufen wieder Get Computer Info auf. Der Cursor blinkt auf der Zeile 28, führe diese aus und Sie sehen, die Informationen werden wieder gesammelt. Der Vorteil ist folgender. Die Session ist immer noch da. Das können wir prüfen, indem wir hier mit dem Commandlet arbeiten, Get PS Session und wir rufen dieses Commandlet auf und wir sehen, da gibt es eine Session, eine dauerhafte Session mit der ID 5. Das ist die Session, die wir hier in der Variablen gespeichert haben. Wir können aber auch eine sogenannte interaktive Session aufbauen. Wir haben vorher eine dauerhafte Session aufgebaut, die ist im Hintergrund. Wir können aber auch eine interaktive Session aufbauen, damit wir direkt den Prompt erhalten auf DC01 und das funktioniert mit Enter PS Session minus Computer Name DC01. Der Cursor blinkt auf der Zeile 35, führe diese aus und jetzt sehen Sie den Unterschied. Da steht vorne in der eckigen Klammer DC01. Das heisst, wir befinden uns jetzt interaktiv auf dem System DC01. Ich verwende Host Name, damit wir das bestätigen können. Sie sehen, als Ausgabe kommt DC01 zurück. Mit Exit können wir diese interaktive Session wieder verlassen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, um eine Session wieder zu verlassen. Wir können auch eine Session erstellen mit New PS Session Abschluss minus Computer Name DC01. Dann ist diese Session im Hintergrund da. Wir müssen dann zum Beispiel mit der ID arbeiten, damit wir auf diese Session zugreifen können. Das können wir wieder prüfen. Zuerst einmal erstellen wir die Session. Der Cursor blinkt auf der Zeile 38, führe diese aus. Und Sie sehen, jetzt haben wir eine Session mit der ID 7. Vorher war es die ID 5. Und das gleiche Beispiel nochmals, indem wir eben mit einer Variable arbeiten. Das haben wir bereits gesehen. Wir erstellen eine Variable mit einer Session. Wir führen die Zeile 41 aus. Wir haben die Session erstellt. Und jetzt können wir das Ganze wieder prüfen mit Get PS Session. Und jetzt haben wir eine weitere Session, die aufgebaut ist. Wir haben nun drei Session, die wir verwenden können, um mit DC01 zu kommunizieren. Sollte es einmal die Situation erfordern, dass Sie mit einem PC eine Kommunikation aufbauen müssen, über einen bestimmten Port, dann können Sie beispielsweise folgendes verwenden. Enter PS Session, Abstand minus Computer Name, DC01, minus Port 99, minus Credentials. Und dann geben Sie hier die Credentials mit. Dann muss aber auf der Gegenseite dieser Port 99 konfiguriert sein, dass er eben Sessions entgegennehmen kann. Wie können wir Sessions entfernen? Zuerst einmal verwenden wir Get PS Session. Das kennen wir. Wenn wir dieses Commandlet aufrufen, erhalten wir die Ausgabe von den Sessions. Diese Information speichern wir in der Variable $PS ab. Ich setze den Cursor auf die Zeile 49, führe diese aus. Und jetzt können wir ganz einfach mit Remove minus PS Session, Abstand minus Session und dann übergeben wir die Variable und sämtliche Sessions werden entfernt. Der Cursor blinkt auf der Zeile 50, führe diese aus und jetzt prüfen wir selbstverständlich, ob es noch Sessions gibt, indem wir das Commandlet Get PS Session aufrufen und Sie sehen, es gibt keine aktiven Sessions mehr. Vielleicht möchten Sie einmal spezielle Optionen mitgeben. Dann können Sie das Commandlet einsetzen, New PS Session Option. Dann können Sie das Timeout bestimmen, Sie können die Verschlüsselung bestimmen und Sie können sagen, mit welchem UI Culture Sie arbeiten möchten bzw. mit welchen Spracheinstellungen Sie arbeiten wollen. Rufen wir einmal nur Get UI Culture auf, dann erhalten wir direkt die Information. Sehen Sie, DE minus DE, Deutsch, Deutschland. Also das können Sie in den Session Options mitgeben. Wenn Sie diese Optionen bestimmt haben, dann verwenden Sie New PS Session, Abstand minus Computer Name, D101, minus Session Option und dann übergeben Sie die Options in Form der Variablen. Jetzt haben Sie gesehen, wie Sie ganz einfach mit der PowerShell die Remote-Verwaltung durchführen können in einer Domäne. Wir haben gesehen, was die Einfachheit mit sich bringt, wenn ein System Mitglied der Domäne ist, wenn Sie mit dem Domänen-Administrator die Verwaltung durchführen. Ich weiss, das sind erhöhte Rechte, das ist sicherlich nicht ideal. Ich wollte Ihnen aber zeigen, wie Sie einfach mit Systemen, welche Mitglied der Domäne sind, die Remote-Verwaltung mit der PowerShell durchführen können.